Hi YouTube, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir reagieren auf Maximilian Pütz, eine neue Presseerklärung von Tills Anwältenverfahren eingestellt. Es geht um das Rammstein-Thema. Ich bin sehr gespannt, anscheinend, ich habe eine E-Mail bekommen von einer Zuschauerin, und zwar soll Maximilian Pütz mich erwähnt haben. Und wenn er mich erwähnt, dann erwähnt er auch euch. Das ist ein persönlicher Angriff und da müssen wir uns jetzt darum kümmern. Ich bin sehr gespannt. Er fordert mich anscheinend auf, mich zu entschuldigen. Nicht bei Rammstein oder vielleicht auch doch bei Rammstein, aber vor allem bei ihm hier. Let's go! Wie man ja sogar schneller war, als die Anwälte von Till Lindemann, wollte ich euch trotzdem noch meine Meinung zu der Presseerklärung nicht vorenthalten und mache heute noch ein zweites Video. Also heute ist, glaube ich, mein neuer Rekord. Heute Abend gibt es dann noch um 19 Uhr einen Livestream von mir. Ist das überhaupt das richtige Video? Warte mal ganz kurz. Ja, es ist das richtige. Okay, weiter. Der ist aber zum anderen Thema. Also wenn du ein Single-Mann bist und noch nicht die Frau... Ey, ich bin Single! Das muss ich mir direkt anschauen. ...und deines Lebens kennengelernt hast... Einz in den Chat, wenn ihr denkt, er könnte euch helfen, mehr Frauen zu klären. Zwei in den Chat, wenn ihr denkt, nein. Dann sei heute Abend um 19 Uhr vollkommen kostenlos hier auf dem Kanal. Gerne. Ist es nicht der, der auch Rezo hatet? Genau den haben wir hier. Mit dabei. Du lernst dann unter anderem, wie du Frauen im Alltag kennenlernst und für dich begeisterst. Aber jetzt zu der Presseerklärung von den Anwältenstern Werkemann. Ich bin hype. Ich bin so heiß darauf. Komm, zeig's mir. Okay, Presseerklärung zu Till Lindemann. Staatsanwaltschaft Berlin stellt Ermittlungsverfahren gegen Till Lindemann ein. So viel wisst ihr, das habe ich heute Morgen gleich ja rausgehauen. Aber hier sind noch ein paar interessante Details drin, die ich euch natürlich nicht vorenthalten wollte. Okay. Nachdem die Nord ihren Shelby Lin in den sozialen Netzwerken behauptet hatte, anlässlich eines Rammstein-Konzerts in Vilnius, Litauen, am 23.05.2023 unter Drogen gesetzt worden zu sein, veröffentlichte die YouTuberin Kyla Scheix nur wenige Tage später, nämlich am 5.6. Er hat gelernt, wie man ihren Namen ausspricht. Ey, let's go. Er lernt was dazu. Das kann ich ja kaum glauben. Am 6.2023 ein YouTube-Video, in dem sie unter Berufung auf Shelby Lin und angeblichen Aussagen weiterer Frauen behauptet hatte, Mädchen seien von Till Lindemann sexuell missbraucht worden, nachdem man ihnen zuvor K.O.-Tropfen, Drogen oder Alkohol zugeführt habe. Diese Anschuldigungen wurden von zahlreichen Mädchen... Das ist auch immer so geil, wenn Leute sagen Drogen oder Alkohol. Findet den Fehler. ...aufgegriffen und fanden weltweite Beachtung. Genau. Soviel mal zu den Fakten und jetzt mal dazu, was dabei rausgekommen ist. Unter Berufung auf die Anschuldigung von Shelby Lin und Kyla Scheix sowie nachfolgende Medienberichte hatten drei Privatpersonen und eine Gesellschaft Strafanzeige gegen Till Lindemann bei der Staatsanwaltschaft Berlin erstattet. Das ist interessant, denn mein Wissen bis jetzt war immer zwei Privatpersonen und nicht eine Gesellschaft. Also eine Gesellschaft bedeutet für die Leute, die einfach nur angestellt sind oder sowas und nicht sich damit auseinandersetzen, ist wie zum Beispiel eine GmbH oder eine GbR. Also nicht Privatpersonen, sondern ein Unternehmen. Irgendwelche Gesellschaft das gewesen sein könnte. Ich habe ja mal ein Video über die Spenden gemacht. Also ich vermute, ich würde mein linkes Ei darauf verwetten. Ich werde da mal meine Quellen fragen, ob die mir da näher ist zu sagen können. Ey, ganz kurz. Es hat jetzt nichts mit dem Thema zu tun, aber ich muss euch was zeigen. No Joke. Sagt mir, was ihr wollt. Eins zu eins die gleiche Lache von Maximilian Pütz hat, ähm, hat, wer ist der nochmal? Der böse Wolf. Wirklich eins zu eins. Ihr werdet heulen, wenn ihr das seht. Passt mal auf. Hey ho, hey rücknig wäre auch nicht so wahr. Das kann jetzt. Der lacht nicht mehr. Früher hat die neben mir gelacht. Soll ich auch drauf verzichten? Ganz kurz. Er, ähm, will eine, er war eine Woche im Thailand Urlaub, zwei Wochen im Thailand Urlaub und will jetzt einen aus Thailand, so eine 24-Jährige heiraten, die er da kennengelernt hat. Das ist wirklich ein Fiebertraum. Hey ho. Hab er mir gesagt. Ich muss es euch zeigen. Ja, das ist mein Wunsch und das will ich jetzt auch demnächst dann tun. Das ist der nächste Step in meinem Leben. Dass ich, äh, nach Bali fliege und meine zukünftige Frau heirate. Und, äh, dann wird die Familie gegründet und juhu. Einfach geil. Das macht mich total glücklich. Ey, check dir das aber so ein bisschen. Check dir, was ich meine. Eins noch. So, was machen wir? Yippie, ein Tag zum Feiern. Mann, ich bin geschieden. Endlich war der Gerichtstermin und ich bin die Alte los. Juhu. Super. Ey, schwör, sein TikTok-Account ist mein Lebensretter. Es gibt nichts Schöneres in meinem ganzen Leben als sein TikTok-Account. Die Glückliche, schreibt einer. Okay, egal, wir gehen zurück in die Reaction. Oh, Mann. Sorry, muss kurz, ein kleiner Exkurs musste sein. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das, ja. Okay, wir gehen weiter rein. Ich habe ein Video über die Spenden gemacht. Also, ich vermute, ich würde mein linkes Eiderhofer wetten. Ich werde da mal meine Quellen fragen, ob die mir da näher ist zu sagen können. Das heißt, die... Ja, stimmt. Der muss da mal in seinen E-Mail-Verteiler gehen. In alle E-Mails, die er bisher bekommen hat von seinen ganzen Quellen, muss mal gucken, wer ihm da was zu sagen kann. Aus den engsten Kreisen. Einzelne Chat, wer dafür ist, dass Maximilian Pütz in die drei Fragezeichen aufgenommen wird. Als viertes Fragezeichen. Justus Jonas, Peter Schaub, Bob Andrews und Maximilian Pütz, sage ich, sollte hinzugefügt werden. So viel wie der Mann rausfindet. Es muss endlich honoriert werden. Ferien raus. Sämtlichen Anzeigenerstattern ist gemein. Das jetzt kommt, der wichtigste Satz, liebe Leute. Den keiner von denen da draußen wirklich verstanden hat. Das macht mich wahnsinnig. Das sind wirklich so diese Dinge, wo ich meine Therapiekatze brauche. Die Dummheit. Ich habe überhaupt gar nichts gegen andere Meinungen. Und dass man auch Sachen anders sehen kann und politisch anders. Aber diese Dummheit, das ertrage ich nicht. Dass wenn Leute dir irgendwas, wie manchmal meine Hatern mir daran schreiben, ja, willst du Vergewaltigung normalisieren oder bla 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 oder Kayla, was soll sie schweigen, wenn sie vergewaltigt wird? Und ich dann immer sagen würde, sie wurde nicht vergewaltigt. Es gibt noch nicht mal Anzeigen von Opfern. Aber das, wenn ihr zehn Leute auf der Straße fragt, werden neun Leute das nicht wissen. Und das ist traurig. Und das ist vor allem dem zu schulden, unseren nicht... Trovazos auch gut. Ja, die vier Ausrufezeichen. Sind das jetzt nicht diese kleinen Mädchen, die da dieses Refereizeichen auf Wish bestellt? Um Himmels Willen. Funktionierenden Medien. Denn wenn ich nicht... Das stimmt natürlich mit Kayla. ...ich der Einzige oder einer der wenigen gewesen wäre auf YouTube. Da wüssten das heute auch viele andere nicht. Oh, sorry. Stimmt. Also ohne Maximilian Pütz wäre YouTube Deutschland verloren gewesen. Der Heiland unserer Gesellschaft, sage ich. Wenn die Medien ihren Job gemacht hätten. Ich sage ja gar nicht, dass es schwer ist, was ich gemacht habe. Wenn ich das als... Es ist so geil, wie er immer behauptet, er wäre besser als alle anderen. Er hat die einzige Wahrheit. Immer wenn euch jemand verkauft, er hat die einzige Wahrheit. Oder er hat besser als alle Medien gehandelt. Dann ist es halt einfach immer ein Schwurbler. Es ist einfach so. Einzelpersonen kann. Aber wenn die Medien einfach ihren Job gemacht hätten. Und diese Sachen einfach beschrieben hätten in ihren... Die da oben. ...anstatt über Tillinde mal herzuziehen und nochmal eine Anschuldigung rauszuzaubern. Dann wüssten das auch die Leute da draußen. Aber die meisten wissen es heute noch nicht, dass nicht Opfer ihnen angezeigt haben. Sondern irgendwelche Dritte und eine Organisation. Die Antonio Stiftung. Bruder, es wird halt beim zweiten Mal auch nicht lustiger. Also nicht zu ungut. Aber vielleicht, ja, nicht egal. Die hier nicht weiter benennt werden soll. Also, sämtlichen Anzeigenerstattern ist gemeint, dass ihre Strafanzeigen nicht auf eigenen Erfahrungen gestützt waren, sondern ausschließlich auf die Aussagen von Shelby Lynn, Kyla Scheiks und die darauf folgenden Medienberichte. So, das heißt, dass Shelby Lynn und Kyla Scheiks dafür maßgeblich verantwortlich sind. Und vor allem Kyla Scheiks in Deutschland, im deutschsprachigen Raum. Denn wenn diese Damen diese Vorwürfe nicht geäußert hätten, dann hätte es diesen ganzen Shitstorm und diese psychische Folter gegenüber Tillindemann niemals gegeben. Noch mal. Er stellt es jetzt so dar, als dass alles von Kyla und alles von Shelby Bullshit ist. Er stunken und erlogen und überhaupt gar keine Berechtigung hat. Das ist aber falsch. Vor allem bei Kyla ist es halt vor allem so, dass der Erfahrungsbericht absolut in Ordnung geht. Der wurde explizit erlaubt vom Gericht. Es sind Teile rausgeschnitten worden und das ist auch gut so, weil da ist sie absolut übers Ziel hinausgeschossen. Ich glaube, es sind 20, 30 Sekunden ungefähr. 26 Sekunden, glaube ich, die aus dem Video rausgeschnitten wurden. Der Rest ist in Ordnung. Ja, ganz, ganz wichtig für alle. Das heißt, dieser Erfahrungsbericht und dass sie davon berichtet, dass es da irgendwelche Sachen gibt auf der After-After-Show-Party und dass es da ein Castingsystem und solche Sachen gibt, das darf sie so sagen. Und das hat Berechtigung und das hat vor allen Dingen, vor allen Dingen den Sinn, einfach andere Frauen davor zu schützen, überhaupt in die gleiche Situation zu kommen. Ja, also ganz wichtig, auch wenn wir hier nicht von Vergewaltigung oder Missbrauch oder irgendwelchen anderen Sachen sprechen, können wir davon sprechen, dass Kyla Schalks einfach junge Frauen davor schützen will, auf diese After-After-Show-Partys überhaupt zu kommen. Und das ist ja absolut ehrenwert und da kann eigentlich niemand, egal wie viel Rammstein-Fan er ist, gegen widersprechen, denke ich. Außer er ist störte Priester, aber das ist ein anderes Thema. Und da gibt es ja jetzt im Internet, also es gab es natürlich auch einige Kritiker, auch wie Rezo und dann auch so eine geisteskranke, angebliche Coachin, die so... Geisteskranke, angebliche Coachin. Grüße an Rezo an der Stelle. Er vergisst immer mich. Ich weiß nicht warum. Ich bin einfach zu irrelevant für ihn. Verflixt und zugenäht. ...obsessiv da irgendwie tausend Videos über mich macht, die sagt, ja, aber Maximilian, du hast aber auch die Kyla angegriffen und die Shelby Lin und warum greifst du die denn an, wenn du sagst, Helinde, man soll nicht angegriffen werden? Vorsicht! Was ich gemacht habe, was ich versucht habe, ist ein Schutzboll, ein Bollwerk zu sein für die Vernunft und zu sagen, Leute zu re, Song zu re, aufzurufen und zu sagen, hier geht ihr zu weit. Habe ich da immer die sachlichsten Begriffe gefunden für? Nein, aber da... Bro, wer hat dich darum gebeten, so Till Lindemann braucht dich nicht als Schutzschild, die Männer brauchen dich nicht als Schutzschild oder sonst irgendwas? Ey, wirklich, es ist ehrlich, also wirklich diese Selbstdarstellung, ich bin das letzte gallische Dorf, hat er, glaube ich, dreimal insgesamt gesagt und ich habe nicht alle Videos gesehen. Er ist das letzte gallische Dorf auf dem Feldzug der Feministinnen und so ein Bullshit, also wirklich, es ist bodenlos. Stellst du da aus, Kyla als Hure zu bezeichnen? Er hat es ja abgeschritten, er hat sowas nie gesagt. Dazu auch nochmal, ich bin ein emotionaler Mensch, ich brenne für meinen Job. Ich mache das seit 20 verfickten Jahren, dass ich Männerhilfe in Situationen. Ich habe so viele Männerschicksale gehört, die von Frauen, von den Lügen von Frauen zerstört wurden. Da ist man auch mal emotional und liebe Leute, ich werde mich da auch nicht einschränken. Denn ich glaube, wie gesagt, auch das ist eine Manipulationstechnik, wo wir weichgespült werden sollen und unsere Emotionen nicht zeigen können. Wut ist gesund. Wisst du, was ich lustig finde? Wut ist gesund. Achso, aha, okay. Sagt auch viel aus. In dem Sinne, er sagt ja immer, er hat in einem Video, glaube ich, gesagt, dass er hofft, dass Till Lindemann jetzt wirklich alle sozialen Medien oder Leute auf sozialen Medien und Zeitungen und so komplett rechtlich dran nehmen wird und zur Rechenschaft ziehen will und so. Also, mich würde es einfach befriedigen, wenn Keiler, und da ist auf jeden Fall Potenzial, hundertprozentig rechtlich gegen ihn vorzugehen, weil er einfach gelogen hat, was sie angeht und er sie offen beleidigt hat. Also, sie könnte ihn locker anzeigen, sie würde es wahrscheinlich nicht machen, aber das würde mir so genug tun geben. Aber er hat ja sein Unternehmen irgendwo in Florida, glaube ich, angemeldet und selber wohnt er auf Mallorca. Also, ich weiß gar nicht, Mallorca ist wegen der EU vielleicht noch machbar. Ähm, also, das ist wirklich, es ist wirklich, wirklich krass heuchlerisch zu sagen, ja, die sollen alle vom Rechtssystem gebumst werden, aber ich, ich lass meine Wut nur raus und ich bin das letzte Bollwerk, keine Ahnung wo, also wirklich lost. Und dann sagt man auch mal ein Schimpfwort und da beschimpft man auch mal die Leute und benennt sie so, wie sie sind. Er hat übrigens extrem rumgeheult, dass ich respektlos ja gegen ihn über war und ihn beleidigt hätte und so. Also, da hat er rumgeheult und jetzt ist es auf einmal in Ordnung oder was? Achso. Ja, das mag Leuten nicht gefallen, hab ich auch überhaupt gar kein Problem damit und zu sagen, oh, das sind nicht die richtigen Worte, aber dass ich lasse, mir nicht meine Emotionen wegnehmen. Und das, was Shelby Lynn und Kyla Scheichs gemacht haben, ist ein Verbrechen und wird Konsequenzen haben, höchstwahrscheinlich. Warum? Was, 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 beschränken wir uns mal auf Kyla. Was für ein Verbrechen hat der bitte Kyla begangen? Ein Erfahrungsbericht von ihren Erlebnissen. Also darf ich jetzt nicht mehr erzählen, wie ich zum Kiosk gegangen bin und keine Ahnung, was passiert ist. Darf ich davon nicht erzählen? Oder darf ich jetzt nicht erzählen, dass ich, angenommen, ich laufe durch die Straße und sehe einen Typ wie einen anderen Typ mit einem Messer bedroht, und dem 100 Euro abzieht. Darf ich das jetzt nicht im Internet behaupten, weil es kann ja auch gelogen sein und ich kann mir das ausdenken. So, ich kenne den Typ und ich sage dann, ähm, Tim, Tim Meyer war das. So, darf ich das jetzt nicht sagen, oder wie? Ja, und es ist nicht rückführbar. Sie sind, die, die, das Ansehen von Tim Lindemann ist weiterhin beschmutzt, weil sich eine Kyla Scheiks im Internet aufspielen möchte und... Es ist einfach nicht true. Das ist einfach nicht true. Eine Nothing Burger dort veröffentlicht und... Ja, wenn es doch ein Nichts, wenn es doch eine Null-Story ist, wie du behauptest, Maximilian Pitz, ja, wenn es doch so ist, warum soll dann das Ansehen von Tim Lindemann beschmutzt worden sein, wenn es doch nichts aussagt, die Story, wenn da kein Inhalt drin ist? Verstehe ich nicht. Wo ist der Sinn dann? No joke. Widerspricht er sich oder widerspricht er sich? Schreibt es rein, wenn ich falsch lege. Seht es, es hätte diese ganzen Shit nicht gegeben, wenn Shel Belin und Kyla Scheiks nicht ihre Videos gemacht haben. Hier seht ihr es nochmal schwarz auf weiß. Und das ist der Grund, warum ich über diese beiden berichte. Es tun ja manche Menschen so, als ob ich jetzt irgendeine YouTuberin, die da irgendwelche Häkelkurse macht oder sonst was, auf einmal auf sie losgehe und dann, oh, was soll das hier, die soll sich löschen oder sowas. Nein, es geht hier um Täter, die ich angehe. Oh, um Himmels Willen. Und nicht vermeiden. Oh, Täter, alles klar, ja. ...endliche Täter, denn die Tat war von vornherein klar, liebe Leute. Das sagt ja auch immer dieser komische irre Coach, dass ich dann ja, ja, aber wieso? Was denn für eine Tat? Was denn für eine Tat? Um Himmels Willen. Geht dann für die nicht die Unschuldsvermutung? Nein, die geht nicht, weil der Tatbestand ist hier vollkommen klar. Sie haben Till Lindemann verleugnet. Hä? Sie wurden nicht mal verurteilt. Wo haben sie sich verleugnet? Du sagst, oh mein Gott. Das Schlimmste von allem. Er sagt, keine Vorverurteilung, Unschuldsvermutung. Das sind seine zwei einzigen Wörter, die er im Deutschunterricht jemals gelernt hat und die er nur benutzt. Das ist sein ganzes Vokabular. Vorverurteilung und Unschuldsvermutung. Und jetzt sagt er, dass Kyla und Shelby verleumdet haben, obwohl sie nicht verurteilt wurden. Das ist Vorverurteilung. Das genau da. Oh mein Gott. Ich kann es nicht fassen. Ich kann es nicht fassen. Das ist... Ey, das nimmt mir den letzten Nerv, ne? Das ist unglaublich. Und dann feiert er sich. Dann feiert er sich da. Oh mein Gott. Und zwar von Anfang an. Sie haben Dinge von Hörensagen von anderen Frauen veröffentlicht. Und das hätten sie nicht gedurft. Und das wurde vom Gericht bestätigt. Deswegen geht es hier nicht um einen vermeintlichen Täter, sondern sie waren von vornherein... Wo hat das Gericht das bestätigt? Meinst du, die 20 Sekunden von Kyla? Die hat doch eine Unterlassungserklärung unterschrieben. Und gesagt, okay, ich mach's Dings. Das wurde außergerichtlich geklärt, oder nicht? Wahrhaftige Täter. Wahrhaftige Täter, wow. Kyla hat einen Till Lindemann auch Pädophil genannt. Auch das wurde ihr natürlich untersagt. Und deswegen hab ich diese Frauen angegangen. Ich geh ja nicht irgendwelche Frauen im Internet an, die irgendwie ihre Kochrezepte teilen. Und auch wenn... Ja, also klar, das mit dem Pädophil, das geht überhaupt nicht klar. Aber wie gesagt, das sind 10 Sekunden jetzt das Pädophil zum Beispiel. Von 28 Minuten oder so. Ja, okay, aber das ändert ja nichts am restlichen Video. Das ist ja nur ein... Das Pädophil hat ja keine Aussagekraft. Das ist einfach nur eine Beschimpfung. Das hat nichts mit dem Sinn des Videos zu tun. Checkt ihr, das macht den Sinn des Videos nicht kleiner. Teilen oder sowas. Also, naja, gut. Also, die ist sowieso lost. Reden wir nicht drüber. Es ist nur manchmal für mich wirklich unbegreiflich, wie lost man überhaupt sein kann. Bei solchen Themen. Ausweichlich der Ermittlungsakte wurde unter anderem die YouTuberin Kyla Scheichs zu ihren öffentlichen Anschuldigungen befragt. Das ist wirklich geil. Und um Kyla ist es relativ ruhig geworden, liebe Leute. Das heißt, die Staatsanwalt, da hat die Kyla Scheichs befragt. Zu ihren Vorwürfen. Nochmal zu diesen Rezos und ganzen Klapskalis da draußen. Die sagen, oh, und ja, das ist so mutig von ihr. Und es ist so toll, dass sie da draußen gekommen ist. Und oh, und bla, bla, bla. So, hier sind die Fakten, Leute. Ja, lasst euch nicht immer von euren Emotionen so steuern. Sondern guckt euch die Fakten an. Ja, ich hab's gesagt. Ich bin auch ein emotionaler Mensch. Aber dann guck ich mir auch die Fakten an. Ist klar, ja. Und die Fakten sind, Kyla Scheichs wurde von der Staatsanwaltschaft, die das Verfahren selbst eröffnet hat. Ja, aufgrund öffentlicher Interesse. Das hat nicht irgendjemand gemacht, sondern wenn die Staatsanwaltschaft sagt, okay, da ist genug öffentliches Interesse da, dann eröffnen sie das Verfahren. So, die haben Kyla Scheichs befragt. Und aufgrund dieser Befragung, genau, die bestätigt genau das, was ich von euch von Anfang an gesagt habe. Es gibt nichts. Versteht ihr das, Riso Salami? Versteht ihr das? Das ist nicht jetzt irgendwie das böse Patriarchat, das da irgendein Urteil getroffen hat. Sondern die Staatsanwaltschaft hat da aus eigenem Interesse das Verfahren eröffnet. Ja, also hat erstmal gedacht, es ist genug Anfangsverdacht da und öffentliches Interesse, dass wir hier tätig werden. Dann haben sie die Zeugen befragt und dann haben sie das rausgefunden, was ich euch schon seit Ewigkeiten sage. Es gibt nichts. Und deswegen haben sie das Verfahren eingestellt. Also erstmal gibt es nichts Beweisbares. So, das ist das Erste. Und es ist ja auch Fakt, dass Kyla nichts selber passiert ist, was anzeigbar wäre. Das ist ja so. Das hat auch nie jemand jemals behauptet. Sonst hätte Kyla ja von Anfang an Tillindemann selber angezeigt. Sie hat sich an die Öffentlichkeit gewendet. Und das ist das, was ich von Anfang an kritisiere. Was ich jedes Mal sage in jedem Video, aber Maximilian Pütz es von Anfang an nicht versteht. Kyla's Sinn des Videos war von Anfang an nicht eine Verurteilung von Tillindemann oder sonst irgendwas zu erzeugen oder dass Tillindemann hinter Gittern kommt oder so. Also beschwert hätte sie sich jetzt wahrscheinlich nicht, aber das war nicht der Sinn. Sonst hätte sie ihn ja einfach selber anzeigen können. Der Sinn war doch einfach nur, das sagt sie doch selber in dem Video, dass sie Mädchen schützen will, die jung sind, naiver sind, einfach aufgrund des Alters geschuldet. Oder vielleicht auch Männer auf anderen Konzerten einfach nicht auf solche Angebote zu hören von wegen Aftershow-Party und so. Und da einfach zu sagen, passt besser auf, da gibt es solche Systeme und es gibt Künstler, die da mehr wollen als nur feiern und passt da einfach auf. Das war die Intention des Videos. Aber das rafft der Typ nicht, weil er so plakativ und ideologiegesteuert ist, dass er einfach nur Kampfbegriffe verwendet und irgendwie, I don't know, Leute beeinflussen will. Und das passt nicht in sein Weltbild, so eine einfache Lösung, weil womit kann er dann solche Titel machen? Ich hoffe, das ist jetzt ein für alle Mal klar, Riso und Salami und ich erwarte eine Entschuldigung von euch. Soll ich auf die Knie gehen oder wie stellt er sich das jetzt vor? Oder entschuldige ich euch bei Till, dass... Für was? Für was? Für was? Was habe ich gesagt? Ich habe nie irgendwas, irgendwas Problematisches gesagt. Nie. Ich habe nie gesagt, Till Lindemann ist schuld. Ich habe in jedem Video gesagt, Till Lindemann ist nicht verurteilt. Es gilt die Unschuldsvermutung für jeden, der nicht verurteilt wurde. Man soll aufpassen, was man sagt. Und sowas habe ich in jedem Video gesagt. Es ging mir in jedem meiner Videos einfach nur darum, zu zeigen, wie ehrenlos dieses ganze Verhalten von diesen Rammstein-Fans ist. Zu sagen, okay, irgendjemand, irgendjemand kritisiert meinen Star, meinen Traummann. Und deswegen musste ich sie aufs Ehrenloseste beleidigen. Darum ging es mir. Und das habe ich auch klar gemacht. Jeder verstanden, außer die Rammstein-Ultras, die sowieso nichts verstehen. Er leugnet ja, dass es so ein System gibt und dass es ein Problem gibt. Und ich glaube nicht, Lucy, denn in seiner Diskussion, in seinem Talk mit Störte Priester hat er gesagt, dass er Keilas Story an sich glaubt, aber einfach das vollkommen okay ist. Weißt du, er sagt, dass das System in Ordnung ist, dass er das gut findet oder zumindest kein Problem damit hat. Na ja, auf die Knie, nur vor Gott und meiner zukünftigen Frau. Das ist noch viel besser, aber auch bei mir, der ja so dumm und... Ja, das meine ich. Ah, okay. Ja, und da haben wir das Problem, dass er das als kein Problem sieht. So blöd ist und... Und nochmal, ein Problem ist nicht nur ein Problem, wenn es verurteilt ist. Ja? Es gibt auch Sachen, die sind einfach moralisch verwerflich. Zum Beispiel, wenn ein 60-Jähriger mit einer 16-Jährigen, 15-Jährigen schläft. Das ist zum Beispiel ein sehr großes Problem und sehr ekelhaft. Aber es ist ja nicht verurteilbar. Also muss ja eigentlich in Ordnung sein, oder? Merkt ihr es? Ach, was ich und eure... Merkst du es, Maximilian? ...komischen, lächerlichen Reaktionen mit Hand vorm Kopf schlagen und sowas. Oh, ist der peinlich. Der dümmste Rammstein-Kritiker. Ich würde sagen, das ist nicht true. Also ich würde sagen, es gibt... Ich glaube, Maximilian Pütz, ich halte daran fest, ist schlau. Und zwar ist so schlau, dass er... Er kann nicht schlau sein. Er ist schlauer als störte Priester. Aber das ist auch nicht die Kunst. Oh nein, Alpha Kevin ist auch live. Jetzt kann ich mich nicht entscheiden. Wie bitte? Also das ist wirklich respektlos, sage ich. Wurde ich tituliert. Erinnert ihr euch noch? Das war Riesos Video, auf das ich reagiert habe. Ja, der dümmste Rammstein-Kritiker ist jetzt anscheinend nicht... Der zweitdümmste. Wieso? Dumm. Riesos. Hm? Ist irgendwie... Wie dumm stehst du jetzt da? Er rafft es nicht. Er kennt wirklich... Es ist so krass. Er kennt nur schwarz und weiß. Er versteht das Problem nicht. Ich rede gegen eine Wand. Ich rede gegen eine Wand. Wer ist Riesos? Kennt ihr den nicht? Mein Gott, ey. Es ist wirklich Riesos. Am besten noch mit einem Haar hinten. Wirklich unglaublich. So, mit der Verfügung vom 29.08.2023 hat die Staatsanwaltschaft Berlin nunmehr das Ermittlungsverfahren nach Paragraf 170, zweit SDPO, also mangelshin reichender... Strafprozessordnung, by the way, für die, die es nicht wissen. Tatverdachtseingestellt. Da die Anzeigenerstatte nicht zu den angeblichen Opfern von Tillinemann zählten, steht ihnen ein Rechtsmittel gegen die Verfassungseinstellung nicht zu. Zuvor hatte schon die Staatsanwaltschaft in Vilnius, Litauen, das von Chez Berlin eingeleitet Ermittlungsverfahren gegen unseren Mandanten eingestellt. Auch dort ist ein Rechtsmittel gegen die Verfassungseinstellung nicht mehr gegeben. Die schnelle Einstellung des Ermittlungsverfahren durch die Staatsanwaltschaft Berlin belegt... Leute, haltet euch fest. Hier ist nochmal wieder der wichtigste Satz. Dass es keine hinreichenden Beweise beziehungsweise Indizien für die angebliche Begehung von Sexualstrafen durch unseren Mandanten gibt. Also, es kommen nämlich jetzt schon wieder die ersten Klaps-Karlis aus ihren Löchern in meinen Kommentarspalt und sagen, ja, Moment mal, das heißt aber nicht, dass er unschuldig ist. Bla... Was heißt eigentlich Klaps-Karlis? Kommt es von Karl... Also von Karl-Köpfig oder wovon kommt das? Bla... Bla... Ja, das ist faktisch richtig, aber das kann man immer sagen. Dann ist niemand jemals unschuldig, sondern Unschuldige als das kannst du eigentlich fast gar nicht mehr sein. Denn das bedeutet ja, dass die Staatsanwaltschaft denkt, dass es hier noch nicht mal genug Verdacht gibt, um überhaupt ein Strafverfahren zu eröffnen. Ja, da gebe ich ihm recht. Also da gebe ich ihm recht. Klar. Wenn keine Hinweise vorliegen, nichts da ist, kein wirkliches Opfer oder potenzielles Opfer sich meldet und ihn anzeigt, dann ist er auch nicht so, dann ist Tillemann ähm... äh... Unschuldig. Vor dem Gesetz. So ist das. Punkt. Das heißt, er muss sich noch nicht mal vor Gericht verteidigen. Ja, genau. Er ist unschuldig vor der... so vor dem Gericht. Also nicht vor dem Gericht, dass er vor dem Gericht ist, sondern vor dem Gericht, also dass es gar nicht zum Gericht kommt. Schwierig. Deutsch braucht ein neues Wort. Das ist verwirrend. Dass sozusagen der Ankläger, das ist die Staatsanwaltschaft, sagt, also nee, sorry Leute, das hat keinen Sinn. Da brauchen wir gar nicht mit vor Gericht zu ziehen. Wir haben ja de facto eigentlich einfach gar nichts. So. Das lohnt sich nicht. Versteht ihr das? Das meine ich nicht jetzt die Leute, die meinen Kanal verfolgen, aber die Riesos, die komischen, durchgeknallten Coaches, die über mich reagieren. Versteht ihr das? Geht das in eure Birne rein? Ist es... Oder habt ihr es immer noch nicht kapiert und müsst ihr jetzt wieder irgendwelche haarsträubenden Erklärungen und irgendwelche anderen an den Haar gezogenen Bullshit-Verschwörungstheorien wie... Naja, er kann ja nicht mehr so viel von seinen Haaren herbeiziehen. Oh, das Patriarchat! Und... Das heißt aber nicht, dass er wirklich unschuldig ist oder sonst irgendwelche Sachen finden. Oder könnt ihr euch jetzt mal einfach eingestehen, okay, wir haben verloren, wir haben Scheiße... Was denn für verloren? Er versteht es nicht. Ich möchte es nicht nochmal erklären. Ich habe es am Anfang der Reaction erklärt. Es ist ganz einfach, er versteht den Sinn, der... das... von Kyla einfach nicht. Er versteht die Intention nicht. Er rafft es nicht. Ist ja nicht selber so ein Coach. Ja, aber so eine Coachin, Mariam, reagiert immer auf ihn und da beschwert er sich halt immer drüber. Maximilian hatte recht, es tut uns leid. Maximilian hatte recht, dass Tillinemann unschuldig ist. Ja. Gut. Aber darum geht es nicht. Es geht nicht immer um dieses Urteil oder um dieses nicht vorhandene Urteil, sondern um die... um das Rechtliche. Es geht auch manchmal um Moral, Prävention und andere Sachen. Ich verstehe es nicht. Wie kann er das nicht verstehen? Also er versteht es halt nicht, weil das für ihn nicht problematisch ist. Es ist für ihn nicht schlimm, dass 18-Jährige in dieses System reingezogen werden und darauf geschissen wird, dass sie vielleicht nicht Nein sagen können. Das ist ihm egal und da liegt das Problem halt eben. Das wäre mal eine Größe. Ist ja kein Problem. Ich habe aber auch nie behauptet, dass Tillinemann unschuldig ist. Habe ich nicht mit einem Satz irgendwann irgendwo erwähnt. Ich habe es ja auch gekonnt. Ihr könnt es anscheinend nicht. Ich habe auch gesagt, mit dem, wo es mit diesen Timecodes war, wo mir das... Bruder, er hat da eine Sache zugegeben und den Rest, der auch bewiesen war, hat er komplett... hat er nicht gedenkt. Aber das war wirklich korrekt. Eine Sache. Wer hat die Sache herausgefunden? Mhm. Merkte selber. Leute geschickt haben immer mehrere und die eine Nachricht vom Timecode später war als andere. Habe ich auch gesagt, ey Leute, anscheinend, jetzt haben mir einige Leute zugeschickt, das ist möglich. Alles klar. Fehler nehme ich zurück. Punkt. Ist es so schwer? Ja, aber die Kritik da war auch... Die Kritik da war auch, dass er extrem scheiße damit umgegangen ist, weil er es als gegeben und Fakt angesehen hat und Kyler da wieder aufs Übitze angegangen ist und er hat sich entschuldigt, dass er den Fehler gemacht hat, dass es möglich ist, aber er hat sich nicht bei Kyler entschuldigt oder dass er diese Aussagen zu Kyler getroffen hat. Und jetzt will er, dass ich mich bei Till Lindemann entschuldige, obwohl ich nie irgendwas Negatives zu Till Lindemann gesagt habe oder dass er schuldig ist oder so. Ist lächerlich. Ist wirklich lächerlich. Doppelmoral nach Doppelmoral nach Doppelmoral. Kriegt ihr das nicht hin, zu sagen, wir haben Maximilian Unrecht getan, wir haben Till Lindemann Unrecht getan? Zeig doch mal Größe. Nein, du warst respektlos scheiße und hast gelogen, Leute extra in schlechtes Licht gerückt und so weiter. Alles, was ich gesagt habe, fand ich, war berechtigt, was deine Person, Maximilian Pütz, angeht. Keine Ahnung. Ich check's wirklich nicht. Ich bin gespannt, aber ich weiß, bei euch ist Hopfen und Malz verloren. Es wird von euch nicht kommen. Im Strafverwalt... Das ist wirklich wahnsinnig. Der Mann ist wahnsinnig, sag ich. ...wurde Till Lindemann von Professor Dr. Björn Gerke und Panthea... Er fühlt sich als Mittelpunkt der Welt. Sein Kopf sieht auch ein bisschen aus wie der Erdkern der Welt. Spaß. Ey, keine Anzeige bitte, Maxi. ...Raser, die aus Köln vertreten. Rechtsanwalt Gerke kommentierte die Einstellung des Ermittlungsverfahrens wie folgt. Die rasche Einstellung des gegen meinen Mandanten geführten Ermittlungsverfahrens belegt, dass die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft keine Beweise beziehungsweise Indizien zutage gefördert haben, um meinen Mandanten wegen der Begehung von Sexualstrafkarten anklagen zu können. An den Anschuldigungen war schlicht und den jetzt hundertmal an die Tafel schreiben müssen. Das wäre meine gute Strafe. Mit Abschluss... Strafe, Alter. Okay, alles klar. ...aus der straflächlichen Ermittlungsverfahren zeigt sich, dass die schwerwiegende Vorverurteilung unseres Mandanten in den sozialen Netzwerken und in den Medien keine Grundlagen hatten. Vor diesem Hintergrund werden wir für unseren Mandanten weiterhin zivilrechtlich gegen unzulässige Darstellungen in den sozialen Netzwerken und in den Medien sowie gegen rechtswidrige Verdachtsberichterstattung vorgehen. Tja, und das hoffe ich. Ich hoffe, dass es jetzt erst richtig losgeht, liebe Leute. Ich hoffe, er bekommt Karma, sage ich. Dass Till Lindemann mit seinen Anwälten, dass er nicht diesen Welpenschutz, den die Leute dann oft haben gegenüber Frauen und sagen, ja, oh ja, jetzt ist ja gut, ich habe ja alles abgewendet, ich will jetzt auch nicht mehr mehr schlechte Presse, dass sie da sich nicht drauf einlassen und sagen, jetzt geht es erst richtig los. Denn jetzt ist das Erfahren gegen mich eingestellt und jetzt eröffne ich Verfahren gegen Keiler Scheiks. Keiler Scheiks ist hier in Deutschland die Hauptverantwortliche. Wegen was denn? Wegen was? Es ist so krass, es ist so krass. Wegen was denn bitte? Für alles, was Till Lindemann und was alle Rammstein-Fans in Sippenhaft hier als rechts, als Schmutz, als sie sollen angeschnauzt werden in der Stadt von dieser komischen Veronika Kracher, ihr kennt die Artikel, ihr habt meine Videos alle gesehen, die als all das zu erleiden hatten, dafür ist nur in Deutschland eine Frau verantwortlich. Das ist Keiler Scheiks. und die Okay, das ist ähnlich gleichzusetzen, wie wenn ich sage, Maximilian Pütz ist für jede Beleidigung, die unter Keiler Scheiks Video geschrieben wurde, verantwortlich. Wegen seinen Videos. Genau das ist vergleichbar. Ist das richtig? Nein. Das ist wirklich, der Typ rafft es nicht. Ihr gehört rechtsstaatlich zur Rechenschaft gezogen. Ja? Geht bitte nicht jetzt zu ihr hin und schreibt ihr irgendwelche Hassbotschaften, da ernähren die sich davon, da kann die Amadeo-Antonio-Stiftung gleich wieder neuen Heulartikel machen. Oh, der Hass im Netz, der Hass im Netz. Nein, geht da hin, schreibt ihr sachlich eure Meinung, sagt, ich hoffe, dass du dafür, dass du dafür die gerechte Strafe bekommst, vor uns. Gerechte Strafe. Bros, hört sich an, als wäre ein fucking Engel, der vorm Himmelstor steht und die Leute zu Gott lässt, damit er irgendwie die ins Fegefeuer schickt. Genauso hört sich das an. Real talk. ... unseren Gerichten. Und ich hoffe, dass Tillindemann und seine Anwälte diese Dame in Grund und Boden verklagen werden mit diesem Schaden, den sie der Band, Tillindemann und auch den Fans angerichtet haben. In diesem Sinne, ich werde euch hier weiter auf dem Laufenden halten, es werden noch spannendere Dinge, es wird immer mehr auch andere Themen als Rammstein geben, genauso wie vor der Sache. Ja, das ist eine andere Vor- Ich glaube, Maximilian, wieso berichtest du immer über Rammstein? Ja, weil es jeden Tag was Neues gibt. In dem Sinne, ich glaube, da kommt jetzt nichts mehr Relevantes. Ich glaube, ich habe meine Meinung genügend gesagt. Meine Entschuldigung für was? Naja. Ich denke, es ist klar, was meine Meinung ist. Ich finde es gut, dass das Ganze gerichtlich oder vorgerichtlich quasi geklärt wird von der Staatsanwaltschaft oder geklärt worden ist. Ist gut, aber viele vergessen das ganze Moralische. Ich weiß, für die ganzen Rammstein-Fans ist Moral kein Begriff und denen ist das alles egal. Mir eben nicht und vielen anderen auch nicht und ich denke, Moral sollte einen höheren Stellenwert bekommen. Vergesst dich, woher die Gesetze kommen. Die meisten zumindest, das sind alles Naturgesetze. Also nicht Naturgesetze im Sinne von Regen, sondern im Sinne von das sind natürliche Gesetze, wie zum Beispiel, dass man nicht töten soll. Das ist einfach ein natürliches Gesetz und die kommen alle aus Moralvorstellungen. Das heißt, vielleicht sind die Moralvorstellungen doch gar nicht so unsinnvoll und man sollte sich da mal Gedanken drüber machen und vielleicht ist der Sinn präventiv zu arbeiten von Kyla. Natürlich ist sie in manchen Aussagen über die Stränge geschlagen und über das Ziel hinausgeschossen. Ist klar, dafür hat sie sich ja auch dann, ich weiß nicht, ob sie sich entschuldigt hat, aber sie hat es zumindest rausgeschnitten und das alles eingesehen und ist ja auch voll fein. Belehren, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal und schreibt eure Meinung in die Kommentare. Haut rein und schaut auf Twitch vorbei. Okay, ähm, ich möchte meinen Kopf gegen eine Mauerwand und hauen. Die Mauerwand